Ja, hallo Leute, jetzt wieder Andy vom eKiwi-Blog. Ich habe hier ein Notebook von Dell. Das ist mein altes Notebook und das möchte ich jetzt weitergeben bzw. verkaufen. Und da ist es immer eine gute Idee, die Festplatte, die da drin ist, die SSD platt zu machen, dass dann sozusagen nicht jemand anders da mit Datenrettungssoftware auf das Ding zugreifen kann und dann eventuell irgendwas wieder herstellen kann. Wir werden uns das anschauen, wie das beim Dell hier funktioniert. Da ist es nämlich ganz nett. Da geht das über das BIOS. Da kann ich das machen. Da ist eine entsprechende Funktion drin. Wenn ihr ein anderes Notebook habt von einem anderen Hersteller und das bietet diese Option nicht, kein Problem. Auch dafür habe ich eine Anleitung gemacht. Packe ich einfach auch mit unter das Video hier mit rein. Einen Link, den könnt ihr dann anklicken. Wie gesagt, bei Dell ist das ganz schön. Da kann ich das über so BIOS initiieren. Das dauert auch nicht lange bei so einer SSD, weil da wird einfach so ein Löschbefehl an alle Speicherzellen geschickt und dann werden die sozusagen platt gemacht und das dauert dann weniger als eine Minute. Bei einer Festplatte ist es so, da müssen alle Datenbereiche einmal überschrieben werden mit Zufallsdaten oder eben Nullen, dass da nichts wieder hergestellt werden kann bei einer SSD. Wie gesagt, da gibt es diesen speziellen Löschbefehl, der dann alles auf einmal löscht und danach kann dann auch nichts wiederhergestellt werden. Also auf jeden Fall sinnvoll, bevor ich das Ding irgendwie weitergebe, dass ich das mache, dass dann eben der Nachfolger dann nichts wiederherstellen kann mit Datenrettungssoftware, die es auch kostenlos gibt. Also die kann man sich kostenlos runterladen, wenn man selber mal aus Versehen was gelöscht hat und die könnte man dann auch verwenden, um von der Festplatte bzw. SSD hier etwas wiederherzustellen. Jetzt würde ich sagen, nicht lang rumreden, wir legen los. Okay, wir legen los. Wir schalten das Notebook ein und dann drücken wir hier gleich mal F2. Damit kommen wir dann nämlich in das BIOS in UEFI. Da oben sehen wir es jetzt auch schon kurz war, die Einblendung und dann sind wir hier auch schon drinnen. Falls ihr nicht schnell genug wart und Windows startet, einfach den Vorgang wiederholen. Wie gesagt, man muss F2 sehr, sehr flott drücken. Danach gehen wir hier auf Maintenance. Da haben wir das Ganze und dann haben wir hier die Option Data Wipe. Und zwar, die bietet uns an, dass wir hier die interne Festplatte oder eben EMC M2 SATA oder PCI Express löschen können. Da setzen wir hier oben einen Haken und dann kommt hier sofort eine entsprechende Meldung, die uns warnt, okay, alles, wenn wir das machen, ist alles auf jeden Fall komplett gelöscht und wollen wir das wirklich machen. Bestätigen wir mit okay und dann kommt nochmal eine Abfrage, weil natürlich, wenn ich die SSD jetzt hier platt war, sind alle meine Daten weg. Da möchten wir natürlich hier auf Nummer sicher sein und ja, möchten Sie diese Operation abbrechen, steht jetzt hier und da steht hier Yes oder No. Das heißt, wir müssen jetzt hier No machen und nicht Yes. Also No auswählen. Zack. Und dann ist der Haken hier oben gesetzt und dann gehen wir hier auf Exit und starten die Kiste neu. Das Notebook hat jetzt hier neu gestartet und da kommt dann hier nochmal eine Abfrage. Ganz klar, wie gesagt, alles ist weg. Da möchte Dell auch auf Nummer sicher sein, auf Nummer sicher gehen, dass da wirklich auch nur die Leute das machen, die das Ding auch wirklich löschen wollen. Hier einfach mit den Cursor-Tasten hinüber navigieren zu Continue mit Enter bestätigen. Und was kommt? Nochmal eine Abfrage. Das heißt, sind wir wirklich, 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 wirklich sicher und dann hier ebenfalls wieder mit Cursor-Taste rüber gehen, auf Erase und mit Enter bestätigen und dann geht es auch schon los jetzt hier. Die SSD wird gelöscht. Gut, dann ist er auch schon fertig. Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt gedauert hat. War es eine halbe Minute? Also viel länger war es dann am Ende gar nicht bei einer SSD und dann können wir einfach hier neu starten und dann wird er jetzt wieder gleich starten und uns anzeigen, dass wir hier kein Betriebssystem installiert haben und dann ist die Festplatte sozusagen platt und dann können wir Windows oder ein anderes System dann hier neu installieren. Genau. Und so könnt ihr das Ganze dann machen. Wie gesagt, auf jeden Fall machen, wenn ihr das Ding irgendwie weitergebt. Zur Sicherheit würde ich das immer machen, auch wenn ihr das an Bekannte oder so weitergebt, weil nehmen wir mal an, wir löschen jetzt irgendwelche Dateien von der Festplatte und nehmen das Datenrettungstool daher und finden dann noch irgendwas durch Zufall vom Vorgänger. Also so könnt ihr die Festplatte löschen, zumindest bei den Dell. Ansonsten, wenn ihr ein anderes Notebook habt, einfach den Link den anderen noch mit anklicken. Da erkläre ich das, wie es für beliebige Rechner und SSDs funktioniert. Also in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Andy vom E-Kiwi-Blog.